Hallo, willkommen zurück bei Elite Dangerous. Wir sind noch mal in der Anaconda, denn wir brauchen dringend Materialien. Ich war nämlich bisschen fleißig und habe festgestellt, dass man in der Kampfzone wunderbar Polymerkondensatoren farmen kann. Das habe ich die letzte Zeit bis hier gemacht und noch ein bisschen Zeit hier. Wie viel haben wir da noch? Also ich habe schon mal einen Haufen auch schon verbraucht. Immerhin habe ich 46 Stück und ich würde vorher noch mehr, weil ich habe das schon gut genutzt und habe die Anaconda modifiziert. Ich habe glaube ich noch zwei Waffe auf Grad 5 hochgepimpt, die Grad 3 heute. Das hat sich schon gut gelohnt. Jetzt kann ich allerdings nicht mehr weiter auf Grad 5 pimpen, weil mir modifizierte integrierte Firmware fehlt. Die habe ich nämlich fast komplett allgemacht. Deshalb habe ich jetzt einen Auftrag angenommen. Ich weiß es gar nicht, inwiefern der legal ist oder Probleme bringen könnte. Und zwar müssen wir nur Luhmann 16 und Infiziertenflotte der Luhmann 16 Fraktion massakrieren. Fünf Stück. Da kriegt man zumindest zwei integrierte modifizierte Firmware. Das gucken wir uns einfach nur an. Weil die brauche ich jetzt dringend. Ich war jetzt hier zu Banatisch angefangen, weil ich hier halt quasi alle verschiedene Schiffe habe, mit denen ich irgendwas Sinnvolles machen kann. Ich habe hier die Orca für Passagiere, die T6 für Masse für Passagiere und die Pytho natürlich für Handelsmissionen umgezahlt, die Anaconda. Und das war jetzt eine Mission, die man eventuell machen kann, weil die war nicht so gut umgestuft. So, wir haben schon eine Signalkuelle. Wenn ich die hier schon angezeigt habe. Ne, dann muss ich wohl hier fliehen wollen die Navigations-Bugie. Da ich zu viel in der Kampfzone war, hat sich noch etwas anderes getan. Und zwar die Selenbrook ist jetzt sogar Neuling. Das ist auch nicht schlecht. Ich habe das rausgefunden, es hat sich irgendwie bewährt, wenn ich dort nicht mit der Sammeldrohne arbeite, sondern einfach nur das, wenn ich das Schiff abgeballert habe, spontan markiere, was ich brauche, das schnell mit der Frachtluge so manuell sammle und dann direkt zum nächsten Schiff gehen. Weil so bin ich recht schnell zu ziemlich viel Polymerkondensatoren kommen. Nur was jetzt auch noch fehlt, sind, ähm, boah, ich habe Elektrokeramiken oder so. Können wir gerade mal gucken. Irgendwas brauche ich noch ganz dringend, aber die findet man dort eigentlich auch recht gut. Das ist eigentlich ein richtig schöner Spot-Zo-Kampf-Zone für Sarasen-Fahrer. Da habe ich richtig überrascht. Man braucht halt ein bisschen Glück. Also eine hohe würde ich, kann man probieren, aber ja. Wenn man gerade am Uf sammeln ist und so drei, vier Schiffe schießen sie, wenn er erinnert, kann schon mal schiefgehen, aber würde schon jetzt gerne. Achso, abgeschlossen, alles klar, alles gut. Das hat sich doch schon zum großen Teil gelohnt. Und es ist natürlich noch nebenbei, es ist die Geld abgesprungen. Muss man ja auch sagen. Okay, dann gucken wir nochmal auf eine Signalquelle, Waffenfeuer, Bedrohung 4, das hört sich auch interessant an. Ne, wir haben wahrscheinlich hochgradige Emissionen. Hier müssen wir hin, Notruf bedrohen. Oh. Ich guck mal, ob ich die ja hier finde. Moment, muss man kurz sicherheitstechnisch eine Pause machen, gleich wieder da. So, ich dachte, ich hätte bei der Katz was gehört. War aber Gott sei Dank falscher Alarm. Sprich, wir können uns jetzt... Moment, ich muss mal... Ja, Tötungsbefehls genau machen. Jetzt können wir uns um die Waffenfeuer kümmern. Ich bin gespannt, wenn ich da irgendeine infizierten Flotte. Keine Ahnung. Guck mal, einfach mal, vielleicht findet die sich da. Ich habe nur so das dumme Gefühl, dass es eine nicht ganz so legal Mission ist. Dass die gar nicht gesucht sind, die Jungs. Woos. Ich war gerade gar nicht so schnell. Unglaublich. Ich habe gar nicht so schnell. Ich habe gar nicht drauf geachtet. So, mir... Warnemann-First. Ja, ich will zornen. Oder ich schieße die Motivation ab. Nein, der ist ja gesucht, der da, da können wir nix Falsch machen, das war jetzt eher vielleicht nicht schlecht, oder? Typ 6 Transporter, sauber Serious Corporation, ne die brauchen wir ganz bestimmt nicht. Luman 16 Partnership. Ja eigentlich könnte ich die Dings noch raus holen aber. Das hier lehnen wir nun auch noch dabei aber ich denke das Tor geht ja nicht so. Ja, 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 schließt halt auch nicht. Jetzt brauche ich ja nur mal mehrfach Schütze verdammt. Ich weiß ja noch ob die Amos Tolis dabei hat. Ja genau. Auch noch. Ich verstehe mir das relativ gut ausgerufen mit dem Kunstlaser, wo kann ich gut ballere und den Energieverteiler wird netten nennenswert leerer. Das ist schon mal cool. Sehr schön. Ne, wobei noch ein bisschen Geld verdient. Dann fliehen wir mal lieber zu unserer Missionsquelle. Ich habe nur festgestellt, diese Multi-Kanone, wenn die Overcharge sind, dann die ziehe gut am Energieverteiler. Noch bedeutend mehr als die Pulslaser. So. Ja, ja, irgendeine Masse blockt mich da wieder. So. Jetzt aber. 4, 3, 2, 1. Endlich. So. Okay, der Hage ist es wahrscheinlich, dass die, die ich abschießen muss, wahrscheinlich den Notruf abgesetzt haben. Naja, okay, gut. Bezahlen wir halt. Bis die Strafe, dass wir dann kriegen. Irgendwo beim Industrial Effektor, das ist denke ich schon okay. Ich brauche halt die modifizierte Firmware. Was will ich machen? Die war doch noch hochgradig gegangen. Na, schon da weg. Bergbare Frackteile. Vielleicht können wir auch mal angucken. Naja, sehe ich mal hier hin. Na, ich dachte ich hätte aber irgendwas mit Verschlüsselte, mit Bedrohung 3 gelässt. Naja, egal. Ja, aber irgendwas brauche ich hier noch. Und zwar Elektrokeramiken, genau. Die brauche ich noch. Das war noch 18 Stück, aber wenn ich noch viel mehr brauche. Der Notruf ist ziemlich weit raus. Wenn man so guckt, das System... Na, das ist noch hinter dem Planeten. Der ist gar nicht so weit entfernt. Der auch nicht. So weit hinter dem Planeten irgendwie... Moment, das kann man doch gucken, oder? Wir haben doch hier so ein Sonnensystem. Na genau, und hier... Wo sind wir hier hin? Ja, wahrscheinlich. So sieht man es ganz gut. Wir sind in der Arsch der Welt. Naja, das wollte jetzt hoffentlich keine Polizei oder so irgendwas... Wagt man jetzt irgendwas... Nicht irgendwas Unschuldiges abzuschließen, aber... Naja, eigentlich müsste man die Ruana strafen. Es hat aber irgendwie nichts dabei gestanden... Dass man irgendwie... Dass die Handlungen illegal sind könnte. Okay, gut. Muss hier nicht immer dabei stehen. Was mir bei der Mission, die sonst schon aufgefallen ist... Viel modifizierte integrierte Firmware gibt es auch bei so Ring-Missionen. Also wo man jetzt zum Beispiel die typische Mission, wo man so 5000 Einheiten von irgendwas liefern muss. Oder auch so Wing-Missionen für Kampfzonen, wo man gleich nur so 40, 50 Schiffe abschießen muss. Das ist halt da irgendwie... Wäre es, glaube ich, ein bisschen aufwendig. Da gäbe es, glaube ich, schnellere Methode an... An modifizierte integrierte Firmware zu kommen. Was man auch machen könnte, aber da habe ich nichts Gescheites gefunden. Irgendwo... Rufen wir Planet eine Scan-Mission machen. Und dass man irgendwie... So eine... Siedlung scannen muss. Und das fällt das... Ab und zu so nebenbei noch raus als Belohnung von den Datenpunkten. Naja, müssen wir mal ein paar Missionen machen. Auch nicht schlimm. Wenn wir zuletzt so viele... Verlassene Stationen erkundet haben... Können wir auch noch mal ein paar Missionen machen. Aber... Vielleicht steigen wir mal hier noch... Oder vielleicht sammeln wir mal... Irgend ein paar Punkte noch. So am Rang zu steigen. Für welche Fracht an Bord? Die Killer-Cans. Besucht! Besucht! Kleine Killer. Schlappen-Meister-Massier. Jetzt sucht es. Da ist es jetzt noch nicht Widerstand. Dupt-Trees. Ich scanne mal... Besucht! Okay. Und das finde ich hier mal geil. Ich habe gesucht halt hier Syriotransporter. Naja, ja, ja. Flugverschrei. Medizinische Hürden. Ja, 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 ja. Sehr schön. Da gucken wir gerade mal... Was der Falle gelöst hat. Leidfähige Komponenten. Ja, da waren genug. Das geht eigentlich. Okay, gucken wir uns da mal... So, wo war denn das? Irgendwie sind wir da total in die Falschrichtung geflogen. Hm, wo ist denn der? Gibt's doch nicht. Wo? Ist der schon abgehauen? Das wäre ja schlecht. Hm. Okay. Das war wohl nix. Dann müssen wir wohl was anderes suchen. Ja. Ich dachte, der war doch noch. So, wir haben schon eine neue Missionsquelle. Ja, klasse. 9000. Willst du mich verarschen? Ist nicht irgendwas Näheres? Nee, gibt's nicht. Hab ich das gewusst, dass das so ein Act ist? 10.000 sogar. Na, herzlichen Glückwunsch. 11.000. Ei, 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 ei. Hätte ich das gewusst, hätte ich ja auch noch Auftrag genommen. Oh, dummerweise... Gibt's okay. Waschen du? Naja, egal. Eigentlich, was man gerade infallt will, weißt du hier gerade 10. Zum Beispiel bei denne Dinger hier, wie die Hamilton Plant. Hohe Sicherheit. Da kann man doch einfach so an eine V und das Ding scannen. Das könnte dann zwar wahrscheinlich bis hin losgehen, wenn das ein privater Datenpunkt ist. Aber das wird's bei Missione ja auch. Ist alles gesucht hier. Ist das ein Anarchiesystem oder was? Das wäre ja... Moment, ne Sirius Corporation, ne Konzernpolitik. Dacht schon, Sirius ist doch nix Anarchie. Ne, okay. Ah, das ist ein Abhaar von der Kollege, von Datentruckers. Na ja, jetzt fliehen wir es erst mal hin und gehen nur auf das eigentliche Ziel, das machen. Das andere lassen... Die andere Schiffe lassen wir mal schützen. Gucken wir mal, wie ich da fünf Stück davon abschießen muss, dann kann man das auch sparen. Wenn man dies so schlecht findet... Man scanne das Schiff, mal ob man irgendwas an der Schiffs-Signatur oder an der Kennzeichnung irgendwie sieht. Sonst muss das ja auch funktionieren, wenn man einfach ein paar Schiffe aus dem Überraum zieht. Die sind alle gar irgendwo anders. Komplett hinter uns fliehen wir noch in eine Richtung. Naja... Mal gucken, was ein Story ist erwartet. Also, komplett unnötig war es jetzt nicht. Wir haben wenigstens ein paar Kopfgeld eingesammelt. Ist ja auch was. Pass mal auf, wenn man das Schiff abschießen, dass man abschießen müsse. Das ist ein Kopfgeld für uns. Ich die ins Koma. Habe ich jetzt wieder nicht drauf geachtet. Hei, 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 hei. Der Commander wird da nicht drauf geachtet. Unglaublich. So, jetzt passt die Geschwindigkeit aber. So, jetzt passt die Geschwindigkeit aber. Das senden wir schon. Sydney können wir schon... Die Signalquelle können wir jetzt schon drüber machen. Gesucht? Was sind das die? Das ist ja gut, was hier noch rum fliegt. Dann haben wir irgendwie, weiß ich nicht, was meine Zielschiffe sind. So, scannen wir weiter. Hatten ordentlich einen Truckers, okay, der ist aber auch gesucht. Also der ist es auch nicht. Du vielleicht. Nee, auch nicht, das gibt's ja nicht. Hier gesucht, da können wir auch Abschießer irgendwie. Das sind sie nicht immer. So, so ja. Da kommt, da brauche ich nicht die Uli-Kanone. So, wenn schon, wie war's von hier sind, die Abbremse. Da ist abgehauen. Okay, gut. Elektrokeramik sind gerade bei, irgendwo. Aber ich wollte es eigentlich was anderes gucken. Infizierten Flotte. Du mal ein 16-Partnership. Ach so, ich hatte was markiert. Das ist nicht gut. Rosen. Elektrokeramiken. Okay, gut, der ist auch. Hei, 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 hei. Ich habe keine Ahnung, was wir hier machen müssen. Ich tue jetzt zuerst mal das Zeug hier aufsammeln, würde ich sagen. Dann gucken wir auch beim nächsten Mal auch irgendwie eine andere Mission, wo wir zum Fortschritt irgendwie kommen. Und deshalb würde ich sagen, machen wir hier ein kleiner Cut und beim nächsten Mal geht's dann weiter mit etwas anderem. Bis dahin dann. Bye, bye.